Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video von mir und wir sind mal hier wieder bei einem Ankündigungsvideo zu einem Livestream von mir. Ja, heute Abend 23.12. um 20 Uhr denke ich mal werde ich einen Livestream starten. In diesem Livestream werde ich glaube ich 2 oder 3 Millionen Münzen ausgeben und dementsprechend dafür dann Packs öffnen. Und ja, ich hoffe mal, dass EA uns mal beschenkt. Ein nettes Vorweg-Weihnachtsgeschenk wäre doch mal nicht so schlecht. Den Link zu den Livestreams, zu den Twitch-Livestreams packe ich unten in die Beschreibung. Ist jetzt auch im Sunnail drinne und im Hintergrundbild, was ihr die ganze Zeit seht. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ihr alle zahlreich einschalten werdet. Und ich muss mal gucken, wie ich den Livestream mache, ob ich den jetzt mit meiner neuen Elgato mache, ob ich den mit meiner PS4 direkt streamen werde und und und. Also ich habe jetzt noch ein bisschen zu tun. Und ja, ich sage Tschüss, bis dann, euer Famous NMS. Und ja, ich sage Tschüss, bis dann, ich sage Tschüss.